Wir gehen jetzt erstmal rein in die Sieht man das Folge Deutsche Memes, die wieder ins Gym gehen Leute, ich einfach Man kennt den Hasen Let's go Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram Links unten in der Beschreibung Und ansonsten, viel Spaß beim Video Gehen wir rein ins Intro Kuss, kuss, kuss Deutsche Kuss, kuss, kuss Memes Sieht man das? Ja Und darauf erstmal ein Stößchen Prost Let's go Puh, mir ist schlecht Feuer Und man kümmelt Wenn ich meinen Crush mit einem anderen sehe Feuer Hör mal den Kübel, hör mal den Kübel Oh Gott Hör mal den Kübel Fuck vorne Ich hab grad richtig gekotzt Also ist überall raus Alex mit dem Dreier Kannst du mal meinen Freund Moritz beleidigen? Nö Grüße gehen raus an Moritz Alex, du bist ein Wichser Hohohoho Hi Noron Oh mein Gott Die spielen verkehrt rum Basketball Lol Die Jungs und ich, soweit der Sportlehrer kurz die Halle verlässt Ey, was ist hier los? Das Wort Bruder wurde 1850 erfunden Leute in 1849 Ey, mach dass du wegkommst Du mobst nicht den, äh, den, äh, so meines Vaters Du mobst nicht den Sohn meines Vaters Inkasso Henry im Glück Er Mei, wenn mein Opa nach Jahren im Lotto gewinnt Gewinnt Oh, nein, guck mal an hier 2,50 Euro Das ist ja ein Ding Das ist toll Ja, mit dem ist ein super Mensch Und dann irgendwann hab ich Wie ich meiner Freundin erkläre, dass ich anderen Frauen hinterher schaue Dann hab ich dann gesagt, hab ich dir einfach erklärt, dass wir Männer in uns was Tierisches haben Das ist schon Du kannst es dir nicht aussuchen Du bist halt Man kann es sich nicht aussuchen Es ist Der Blick Man schaut aber Es ist automatisch Es kommt auch an Ich kenn auch genug Frauen, die, äh, Leuten auf den Arsch glotzen Oder auch auf die Titten Ich bin persönlich nicht so ein Also ich, ich weiß, das ist einfach bei manchen Leuten, ist das einfach so Aber ich bin nicht so ein Arschglotzer, ehrlich gesagt Hab ich nie so, hab ich noch nie so gefühlt Aber das stört da, was ist immer auf mein Gesicht da Mo wird geärgert Fuck das mal zur Seite Ja, nein, das ist, wenn Leute Ach, ich sag Mo, Memo Memo mit 5 O Das ist er Wie heißt du, wie heißt du, wie heißt Ja, das ist hosting my stream with one viewer Die hosten sich, äh, das wird uns angezeigt Ja, aber warum gerade auf mein Gesicht, Mann Hast du schon mal in deinem Leben verliebt? Leute, die sich selbst als Hintergrundbild nehmen Boah, jawohl, da zwei Boah, ich kannte mal ein Mädchen Die war so selbstverliebt Die hatte sich wirklich selbst als Hintergrundbild Und die hat einfach nur wirklich den ganzen Tag von sich selbst geredet Das war, das war schon crazy Also es gibt ja immer mal Leute, die fühlen sich wohl in ihrer Haut, sag ich mal Das ist ja auch okay Und es ist ja auch wichtig, Selbstliebe ist wichtig, ja Also liebt euch selbst Feiert euch selbst, wichtig Ist wichtig für euer, für eure Emotion, okay Aber ich kannte mal ein Mädchen, die war so selbstverliebt Das war unfassbar Wenn, egal wo die den Spiegel gesehen hat Die ist eine halbe Stunde stehen geblieben Die hatte sich selber als Hintergrundbild Digga, die war in sich selbst verliebt Das war aber anderes Anderes Level, das war krank Einmal sogar schon Einmal in mich selbst Und einmal in meinen Spiegel Also ich glaube, dass der Andere Spiegel Andere Spieler im Interview Versus Ribery Deshalb, seit Dortmund viel, viel besser gemacht haben Viele Chance rausgespielt haben Und was ist das? 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 Das ist eine Wasser Oh Gott, nein Warum bin ich denn dreimal in diesem Clip? Was ist das hier? Absoluter Legenden Clip Hä? Was für ein Clip ist das? Ich muss meine Kamera einmal hier in die Mitte machen Was ist das für ein Clip? Ach, das ist der mit der Schildkröte Oh mein Gott, der ist wirklich ein Das ist wirklich ein Den kenne ich sogar noch Oh Gott, nee Ich habe Angst, dass er die Finger abweißt Oh, ich habe mich gerade schon erschrocken Weil ich weiß, dass die jetzt hochspringt Oh, gut, dass du gestoppt hast, Simon Eins da oben, danke Ich habe mich sonst erschrocken Ich weiß nicht mehr, was da passiert Oh nein Ich bin so schreckhaft Ich hätte weggucken müssen Ich hätte weggucken müssen Sie können zu Hause gewinnen Und Rudi Völler kann da mit Sicherheit helfen War unsere Gewinnspielfrage Und die lautet Welche Bundesliga-Mannschaft ist derzeit an der Tabellenspitze? Ist das A, der BVB Oder B, Bayer Leverkusen? Kleiner Tipp von Rudi Völler Es ist nicht Bayer Leverkusen Kleiner Tipp von Rudi Völler Es ist nicht Bayer Leverkusen Wie lost bist du? Er ja DDR-Fahne Schon wieder ein Gasmaskenträger Ich dachte mir Wenn ich die ganze Welt Pandemie spielen will Dann spiele ich halt mit Die Menschen sterben, weil ihnen Vitamin D Und diese Mineralien bzw. Salze fehlen Potassium-Sulfate, Potassium-Phosphate und Potassium-Chloride Hier geht es jetzt aber um Fake News Äh, warum sind sie hier? Die Menschen sterben, weil ihnen Vitamin D und die Phosphate fehlen Digga, er hat den Durchblick Die Ärzte haben es nicht gerafft Irre Weil ich halt immer teilnehme Also nicht immer, aber meistens Egal bei welcher Demo Ja Wenn Crush im Gym zuschaut Arschabwischen im Sitzen oder im Stehen? Die typischen Gespräche um 3 Uhr nachts Digga, Arschabwischen im Stehen? Also da muss aber schon richtig was daneben gegangen sein Steht das zur Debatte, Digga? Aufstehen? Nee, Digga Das habe ich glaube ich noch nie gemacht Habe ich mir schon mal Im Stehen den Arsch abgewischt auf keinen, Digga Ich wundere mich, warum ich keine Freundin finde Meine Ansprüche? Was ich immer mega nice finde, ist so Jetzt, wenn wir jetzt vom Äußerlichen reden Ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber so Ich finde, im Gesicht muss das so eine Mischung sein Zwischen so bisschen So ein bisschen süß, aber auch so ein bisschen bad mäßig Weißt du, was ich meine? Okay Ein bisschen süß und ein bisschen bad Die muss ein bisschen cute aussehen, aber die muss auch so ein bisschen Was irgendwie hinter den Ohren Also so, wie sagt man das? So Faustdick hinter den Ohren haben Ich muss irgendwie so beides da drin sehen Alles klar, Kevin WAH! Hulk ist dein Urgroßvater WAH! So ein bisschen Püchchen gerät Oh mein Gott 3, 2, 1 Boah Maschinen schrauben Boah Maschinen Boah Maschinen Boah Maschinen Ich kenn keine Güsliere Boah Maschinen Schrauben Wie tut der Junge aus So ein Scheiß Boah Maschinen Ich beim ersten Training nach Corona Holy Fuck Freunde, ich hab den Pump des Jahrtausends Dieser andere Pump des Jahrtausends Wenn du mitten in der Nacht deine Mutter hochkommen hörst Was mit dir? Ja man, sag ich auch immer Weißt du, wann ihr mal rufe? Sag ich auch immer In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten Wiederschauen und reingehauen Ich hab nur noch einen Ich hab nur noch einen Ich hab nur noch einen Oh ja, Küsse gehen raus Da sieht man das Schöne Clips Checkt, sieht man das aus Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020